Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe Womba hat Lack. Ähm, nee, also wir sind jetzt bei der vierten Arena-Runde. Ähm, ich hab mir anscheinend ein geiles Deck gemacht. Jetzt sag ich jetzt zwar in jeder Aufnahme, aber wir haben drei Siegern, noch nicht eine Niederlage. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht durch Karma dazu. Und, ähm, mal gucken, wie es jetzt läuft. Bis jetzt haben wir gegen zwei Priester und einen Druide gespielt. Ich hoffe, es kommt Jaina nicht, weil Jaina wird mir so ein bisschen was versauen. Und, ähm, genauso wie Schurke. Weil Schurke hat die Karte Attentat und Attentat rasiert mir wieder alles weg. Okay, wir haben einen gefunden. Gucken wir mal, ob ich anfange, wer es ist, was es ist. Paladin, ah. Ah. Aber bei denen ist es halt immer so schwierig, der hat immer diese Rekruten, Rekruten, äh, Dinger. Mhm. Mhm. Ich würde ganz einfach mal den antiken Heilbrück wegmachen, einfach weil man den nicht braucht. Okay. Mal gucken, wie es läuft. Also besser wäre jetzt ein Einer-Zieh. Zieh keinen Einer. Äh, 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 das fängt jetzt nicht so gut an. Das fängt jetzt nicht so gut an. Bitte was? Achso, die kennen wir ja schon. Mhm. Die kennen wir schon. Ja, ähm, hm. Ja, ich würde einfach mal sagen, wie viel kostet die denn ein? Dann kostet die drei und der spielt nur in zwei, drei Haus, der mir auch noch gut tut. Okay, das wäre gut. Alter. Draußen meint ihr auch erstmal ein Rennen zu starten? Oh, er greift mich nicht an, aus Angst. Okay. Ja, das könnte ich natürlich jetzt noch dazu ergenzünden. Äh. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Geil, jetzt hat er einen, jetzt hat er einen silbernen, hier, Rekruten auf der Hand, der drei kostet. Oh. Okay. Oh, er geht direkt auf meinen. Perfekt. Zieht jetzt meine Karne, wenn ihr einen Zauberwirk, äh, kann ich noch nicht einsetzen. Zauberschaden plus eins. Setz 7 meines Liners auf eins. Ja, pass auf, wir machen folgendes. Das. Klatschen wir den erstmal weg. Ähm. Dann spielen wir einen Spot. Und das. Alles klar. Alles klar. Gucken, was jetzt kommt. Wir müssen den Sonnenbrunnen, Leute. Oh. Oh. Dat. 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 Totes Rechnen. Und ne Fähigkeit. Okay, alles klar. Ja, perfekt. Jetzt haben wir ein Problem. Wir kriegen den nicht weg. Äh. Die muss weg. Die muss unbedingt weg. Ja, komm. Scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Nein. Nein, 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 nein. Der durch... geht direkt auf Mann. Okay. Perfekt. Die hab ich gebraucht. Stellt 5 Leben wieder da. Perfekt. Das machen wir jetzt erstmal. So, das musste sein. Alles klar. Ja, danke. Okay. So. Die machen wir nächste Runde. Dann machen wir das Geheimnis, nehme ich dazu. Dann spielen wir den noch aus. Und. Das. Was wird das denn jetzt? Mach keinen Scheiß. Ach, nee. Jetzt bräuchte ich die Gottesschildkarte. Jetzt bräuchte ich die Gottesschildkarte. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mist. Und den kann ich immer noch nicht spielen. Ja, nein! Jetzt hat er sein Gottesschild schon weggemacht. Nein! Ach, was hab ich denn jetzt für ein Pech? Jetzt hab ich grad ein bisschen Pech, um ehrlich zu sein. Hm. Ja, komm. Wir warten mal eine Runde. Ich hoffe, da war kein Fehler. Alle beugen sich meinem Willen. Ohrensohn. Ohrensohn. Oh. Jetzt will ich ja Luis noch eine Runde warten. Ich habe die besten Angebote, weit und breit. Das war's. Okay. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Komm, spiel ein Gottesschild aus, bitte. Ich bin bereit zu lernen. Oh. War fies. Alter, was spielt der denn da alles? Egal. Umso besser für meinen Jagdhund. Aber. Okay, jetzt können wir erst mal ein bisschen rasieren. Ähm. Einmal. Ja, den behalten wir noch. Was denn jetzt? Oh, ne, bist du es auch nicht? Och, ne. Warum das denn? Ähm. Ist ja eigentlich scheißegal, auf wie wir das machen. Dann mach ich mal einfach auf der. Dann. Ja, mach mal noch das. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Kann das sein? Äh. Egal. Da wäre nämlich noch ein Hund hinzugekommen, aber ich habe nicht genug Platz. Na gut, egal. Mit denen weg. Den weg. Den weg. Okay, ich hätte die wegmachen sollen. Ja gut, okay, egal. Ja, ja, du gehst mir auf den Sack. Ich weiß, dass das ein Fehler war. Geh mir doch auf den Sack jetzt. Ja. Na gut. Och, nö. Geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Ganz ehrlich. Ich würde mal sagen, wir haben verloren. Denke ich mal. Wenn ich keinen Spot... Das war ein Fehler. Er war nicht. So, eine Chance habe ich noch. Ne, wobei ich habe verloren. Ne, habe ich nicht. Tot, 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 tot. Acht. Und wenn er mir nur einen Schaden mit irgendwer machen kann, dann... Hätte mal damit angegriffen. Aua. Aua. Ja, okay. Jetzt habe ich, glaube ich, verloren. Und wird hier am Ansturm. Ja, gut. Bringt mir jetzt nichts. Ja, wir haben... Wir haben verloren, Leute. Erstes Mal. Aber auch nur, weil der so ein Lackpilz ist, beziehungsweise weil ich ein bisschen Kacke gespielt habe. Weg mit denen. Ja, wir haben so oder so verloren, also... Brauche ich gar nicht groß rumreden. Ja, den hätte er auch noch gehabt. Jetzt spielt er natürlich noch ein bisschen. Komm, du ziehst meine Renderzeit in den Länge, du Hurensohn. Boah, Junge, Alter. Ey, sag mal, hast du ein Riesenrad ab, oder was? Boah. Kann der froh sein, dass ich jetzt nichts mehr... So, jetzt mach mich fertig, sonst krepier ich hier gleich. Mhm. Danke. Ja, komm. Hast aber gut gespielt. Jetzt mach auf Feierabend. Boah, jetzt mach doch... Ja, danke. Ja, Leute. Das war die erste Liederlage. Ich war doch ein bisschen Karma dann am Anfang, würde ich mal sagen. Aber ich würde jetzt mal, glaube ich, sagen, ich gehe direkt in der nächsten Runde. In die nächste Runde, meine ich natürlich. Ähm, bis gleich.